Guten Tag meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei dem Hauptstadt Gamer. Heute spielen wir COD Black Ops 3. Eine Challenge machen wir, richtig? Ja auf jeden Fall Leute, auch von mir ein herzliches Hallo. Ihr habt es gehört, wir machen heute eine LAN-Party. Auf jeden Fall eine LAN-Party beim Besten. Simon ist mit dabei mit meinem Clan-Account Ghost Gamer Teddy. Und ja, wir haben eine kleine Challenge, wer zuerst 15 Kills macht mit pure Quickscope. Es werden zwar nicht alle Quickscope sein, wir werden auch einfach nur mal aus Just4Fun so ein kleine Ding starten. Auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe euch gefällt's. Simon kennt ja schon von den versuchten 12 Stunden Stream oder die Duo Streams Power und so alles her. Nachgefühlten Achtstunden haben wir aufgehört haben. So, wir nehmen natürlich die Locos. Ihr seht es jetzt leider alles im Double Screen, aber naja, das kann man nicht ändern. Genau, ich bin oben. Also ich guck jetzt mal rum und dreh mich. Und ich guck mal rum. Genau. So. Ja. Ähm. Wir versuchen unser Bestes. Gehen mitten aufs Feld runter. Aufs Schlachtfeld begeben wir uns. Über euch. Ja. Uuuuh. Also 10 Kills sind euer Kilo. Ja. Äh. Ich glaub 15 Kills sind echt schon ein bisschen heavy bei uns. Da machen wir nicht. Also ich muss dazu sagen, ich spiele eigentlich gar kein Black Ops. Äh. Okay. Mein Pilat. Das war los. Bin ich ehrlich, das war los. Der zählt also nicht. Der zählt also nicht. Der zählt nicht. Also steht immer noch 0. Ja. Also steht immer noch 0. Ja. der hat sich jetzt gefüllt. Der zählt nicht. Das war's. Erledigt. Das war's. Erledigt. Ja Leute. Ähm. Das wird eine lustige Runde auf. Ich frage auch echt. Äh. Wer kam auf die Idee. Mitten um. Keine Ahnung so. Einzel oder so noch eine Folge aufzunehmen. Äh. Zweite Musik. Die Fenster. Richtig. Das ist nämlich. Wo wir die Folge gerade aufnehmen. Das ist äh. 1 Uhr 51. Und ziemlich spontan war's. Da wir gerade auf einer Shisha-Party hier von einem ziemlich ziemlich guten Kumpel sind eigentlich. Und ja der halt schon halt sehr politisch treeben. Das von 92 Liedern kann, was hier rуемotiert wird. Das war's nicht. Da man sind richtig die äh die letzten äh Rainbow-Folgen auf jeden Fall und die Spreys und so alles Ja Dieser Duo Street, der war immer noch Der, der, ja genau, dieser sehr schöne Wunderschöne Oh, wir haben nicht mal die Kunstschwingen, die ich oft auch Oh, cool Wollen wir die Ultis mitnehmen Boah Es tut mir leid, Leute Ja, ich Es ist Es ist halt wirklich einfach nur das so Krüppelreflex Leute, ich bin sogar Ehremann, weil, äh Ich öfter spiele ab und zu mal so mehr spiele als er Ähm, da habe ich gesagt, ich stelle meine Einstellung ein bisschen höher Und spiele deshalb jetzt, ich glaube auch, warte mal stopp Ähm, wenn man es sehen kann Ja, auf 12-12, aber ich werde es glaube ich mal Warte mal, in der Zeit mache ich mal den weg Lauf 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 Oh Schuuu 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 Das hast du klar gemacht Oh, ich habe jetzt Okay Also ich habe auf jeden Fall ein, du hast schon vier glaube ich Äh, ich habe fünf Vier, der eine war ja kein Quickscope Ich kann eigentlich gar kein Quickscope Ich Ohne, ich Ohne Ich bin doch da, wenn, wenn, wenn Wenn ihr so merkt ich, ich bin weiter in die eier guckt euch den an da wurde ich soeben kastriert warte mal kommt guck mal schnell wie schnell ich mich spinne komm schnell hui kleiner weg sein ich könnte dich trotzdem gehen ja easy der war schön sehr schön ich hab trotzdem noch 5 das bist du ehren muss Ted ja so Leute schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare ob ich mit Ted einen Youtubekanal machen soll zum Beispiel das halt eh erstmal haut den Like Button hoch hier mehr zusammen machen haut erstmal den Like Button hoch wenn sich Simon eine PS4 kaufen soll Leute der war sehr schön also auf jeden Fall steht das gerade 5 zu 4 vom Quickscope Skala her das ehle war nämlich ja kein Quickscope sondern ein Hardscope das ich glaube ich besser als das kommt einfach hinter mir hier in Clubs ja da hätte ich dich dort jetzt runter gepübelt ich mach das von hier oben drücken wir, ne? drücken wir nicht weg leute, split screen action am start nein alter ich wollte es leiden eigentlich erledigt ok 6 zu 4 gute damit lasse ein Daumen da wenn wir mehr action zusammen machen Nein 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 der Daumen ist dafür d was du dir eine firsteeeebte competition und schreibt in die kommentare ob wir in März zusammen machen müssen genau Daumen für Simon und PS4 der war sehr schön lass die Ulti einfach, scheiß doch genau Daumen wenn Simon sich eine PS4 holen soll und äh und äh ich glaub das war, ich glaub aber das war ein Harbskop äh, nicht Harbskop Loskop, ja, Loskop ja, Loskop ja, Loskop also stets 4 zu 8 hmmm, richtig der war sehr schön auf jeden Fall weil wir, Leute wir, Leute ähm, ich bin eigentlich gar nicht BO3 mäßig unterwegs also ich zock bloß ab und zu in zwei Monaten vielleicht einmal zu ja ja und das wird da so weit gießt ja war das ein Quickscope? ja, komm ne, lassen wir heute mal zählen wir sind heute gütig ich hab äh Shisha ja Intruss ja 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 also muss ich jetzt 17 machen ey ne du du hast jetzt erst 6 nicht ja man wäre ein Harbskop leider gewesen ist ja ja du musst übrigens 16 Kills jetzt gerade machen ja derzeit ja ich hab jetzt äh 7 Kills erstmal von 15 äh Leute wie gesagt mir ist sogar egal tatsächlich wie lange äh da im Haus Jürgen Lügel Lügel o o o o o o o o o 99 schon oder du alter gott krüme du hast dich jetzt die sind du spielst tatsächlich ab und zu malen gegen spielst du spielst du mainbow, ja, ich nicht, also ich bin hier da war schon drauf oh, sorry, ich hab gerade immer alles gut tatsächlich steht das jetzt ne das war jetzt aber deine eigene schuld scheiße, stimmt, ja, dann darfst du mich einmal mit deiner ulti killen für den Begriff guck durch den das hat so mein, irgendwie mein, mein rektal noch zerstört, alter ich dachte du wärst tot, deswegen ich bin die ganze Zeit voll drauf das ist COD logik ja, genau so wie GTA logik auch äh, ich hab jetzt tatsächlich 13 nein, man fährt beeil dich hinten in den links drin äh, ja bangt man durch die Tür das ist auch GTA logik war das stopp, da müssen wir jetzt mal kurz ne, war ein No-Scope weil wir finden, das zählt nämlich nicht als Quickscope weil du hast jetzt 15 du hast jetzt einen breit wir haben hier irgendwas vergangen das stimmt an das Fenster wow das ist auch sehr lang am oben das ist mein Ding hey, du hasten hey, du haste deine sieh doch einfach mal beid wie weil Leute Shisha is da ne ähm nehm 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 da hat man ja immer zählen war und nicht durch die häuser haben wir gesagt ich habe es jetzt nicht immer noch 13 es geht ja was du schickst keine privaten sachen bitte ich verlinke sie nachher unten die schichter oder was nee sie es egal wirst du ich hab sie gewählt du bist tatsächlich bei 3 12 12 nein du hast 2 2 mal no scope du hast es 3 mal alter voll indomöse tatsächlich warte mal ich hab 4 warte mal ich hab 4 4 nicht gezählte schüsse ja 18 17 16 14 15 warte mal ich hab 15 guck mal ich halte meinen schlong ins gesicht weißt du wieso der ziel ne aber weißt du wieso 10 mal von 18 zurück 4 ja hm was hab ich 15 ne hab ich nicht wenn ich 50 nicht schon mal ich bin weltmeister im tafelschow ausklopfen oh scheiße das war mein letzter so leute wenn wie gesagt wenn ihr wollt dass es heimlich eine ps4 holt was war die abmoderation das Auto ja würde wie gesagt wir zu dir abmodet machen ich habe anmoderationen wenn es euch gefallen hat wie gesagt lasst einen daumen da wenn ihr wollt dass man sich eine ps4 irgendwann mal holt wenn ihr mehr blitzkriegen möglichkeiten sehen wollen wie genau neuesten Blitzkrieg Mecklenpäckchen ja nicht mehr gewöhnt habe ich dich zu schrauben sie hat mich geschlagen wenn ihr wollt dass wir mehr Blitzkrieg Mecklenpäckchen machen kommt auskampft du Muschi alter gekommen dann wie gesagt jetzt kriegst du noch nee stopp einmal kriegst du noch nein komm einen kriegst du noch drauf und dann bin ich mein Handy direkt wieder einmal kriegst du noch daumen nach oben wenn Simon sich eine ps4 holt und diese tür will ich auch haben wenn er sich die tür holt will genau ähm und noch äh lasst einen kommentar nach wenn ihr mehr von den Affen holen wollt und von mir warte mal kann man das schlusskriegen ja denk dran wir haben euch lieb auf jeden fall ja shisha nicht Muschi gehen auf jeden fall raus nicht an dich Simon ich weiß ich bin haute rein wir sehen uns ciao ciao